In Escape from the Deep bis zum letzten Atemzug geht es um zwei Taucher, die seit längerem nach dem verschollenen Kriegsschiff der USS Charlotte aus dem Zweiten Weltkrieg suchen. Als sie nach einem Tropensturm bei einem Tauchgang endlich das freigelegte Wrack entdecken, können sie ihr Glück kaum fassen. Kurz darauf tauchen ein paar College-Freunde von Noah, dem Jüngeren der beiden Taucher, auf und wollen selbstverständlich ebenfalls das versunkene Schiff begutachten. Als die Gruppe in die Tiefen des Meeres hinabtaucht, ahnen sie nicht, welch große Gefahr bereits auf sie lauert und so wird aus einem spaßigen Tauchgang ein Kampf ums Überleben. Escape from the Deep heißt eigentlich The Last Breath und wurde von Joachim Heden inszeniert, der zuvor schon für ein paar Tauchfilme verantwortlich war, wie zum Beispiel Breaking Surface oder The Dive. Den Älteren der beiden Taucher spielt Julian Sands, den viele von euch bestimmt noch als Warlock Satans Sohn oder von Naked Lunch von David Cronenberg her kennen werden. In seiner Karriere hat er in über 160 Serien und Filmen mitgespielt, aber The Last Breath war dann leider auch The Last Movie von Julian Sands, denn er verstarb 2023, bevor der Film veröffentlicht wurde. Die Rolle von Julian Sands als älteren Taucher und Barbesitzer, die geht eigentlich in Ordnung. Auch der jüngere Taucher Noah, der ist noch okay. Der Rest vom Cast oder sagen wir mal besser von den Charakteren her, der ist leider wieder vollkommen Klischee beladen. Wir haben hier diesen typischen Vollpfosten, der einen auf lustig macht, aber eigentlich richtig ein Vollidiot ist. Kaum ist er da, schreit er schon wieder nach Kiffen, nach Alkohol und was weiß ich nicht alles. Und der andere ist dann dieser reiche Schnösel, der Eingebildete, der aber diesen beiden Tauchern finanziell aus der Patsche helfen kann. Und von den Damen her, dann hast du wieder eine dabei, die ist halt Krankenschwester. Und wie sie es erwähnt, so betont, weißt du schon, aha, das wird später noch wichtig sein. Genauso wie auch von dem älteren Taucher hier, von Julian Sands, der sagt, ja, er ist etwas krank, er kann nicht mehr tauchen, aber zur Not hat er da hinten noch eine Kiste mit so einem roten Tauchanzug und er wurde auch früher der rote Torpedo genannt. Und dann weißt du schon, aha, auch das wird später noch wichtig. Und wenn sie unten sind, ja, am Wrack und dann an einer Apotheke, Apotheke, vorbeitauchen, dann weißt du, auch das wird später noch wichtig sein. Also alles furchtbar klischeehaft und leider total vorhersehbar. Ich frage mich bei solchen Figuren immer, warum müssen es solche Abziehbilder oder solche Karikaturen von Figuren sein? Warum nicht einfach mal ganz normale Leute? Warum muss alles immer so überspitzt dargestellt werden? Das ist einfach nur lächerlich und schon da nimmt der Zuschauer auch wieder Abstand und weiß, oh je, das kann ja eigentlich gar nichts werden. Achtung, Minispoiler. Und genauso wie man es von ihnen erwartet, genauso dämlich verhalten sie sich auch. Kaum sagt der eine, ich weiß, ihr seid alles erfahrene Taucher, springt der andere schon, ohne irgendwie seine Tauchflasche angeschlossen zu haben und ohne Flossen ins Wasser und sinkt hinunter. Unten in der Luftschleuse holen sie dann erstmal einen Flachmann raus und kippen sich ein hinter die Binde und als es dann plötzlich dunkel wird und etwas vorbeihuscht, fragt die eine, was war denn das? Und dann sagt der andere, das muss eine Wolke gewesen sein, genau, die so schnell vorbeizieht. Puh, Minispoiler, Ende. Zwischendrin gibt es dann sowas wie etwas zwischenmenschliche Beziehungen, aber das ist alles so 0815, da gibt sowieso keinen Zuschauer mehr, irgendeinen Pfifferling mehr drauf. Währenddessen mutiert eine der Figuren zur absolut nervtötenden Heulsuse, weil sie verletzt wurde oder sie hört gar nicht mehr auf. Und du wünschst dir, bitte, bitte, lieber Gott, lass diesen Hai nochmal vorbeikommen und den endlich mal hier, ja, komplett zerfetzen. Und da sind wir dann auch schon wieder beim nächsten Thema, dem wahrscheinlich wichtigsten Thema, nämlich den Hain. Und die sind hier mal wieder computeranimiert. Das sieht teilweise okay aus, teilweise auch wieder nicht okay. Je nach Einstellung wechselt es dann auch von der Größe und den Proportionen her. Das wirkt am Ende schon richtig lächerlich. Und dann diese Hai-Attacken, die fallen recht unspektakulär und auch oftmals recht blutleer aus. Also da hätte man sich wenigstens hier an dieser Stelle etwas mehr erhofft. Aber auch hier wird man leider Gottes wieder mal enttäuscht. Also ich habe in diesem Jahr ja wieder einige Hai-Horror-Filme gesehen, wie zum Beispiel Under Paris im Wasser der Zen. Die Netflix-Produktion, die völlig überzogen und völlig hohl war, aber der du wenigstens noch etwas unterhaltungswert abgewinnen konntest. No Way Up habe ich dann noch gesehen. Der war auch nicht gerade logisch, aber der war mal etwas spannend inszeniert. Und es war auch mal was anderes, den fand ich ganz sehenswert. Und dann hatte ich noch Man-Eater gesehen. Also nicht Man-Eater, der Menschenfresser, sondern Man-Eater. So ein Hai-Horror-Film ist aber überhaupt nicht der Rede wert. War eigentlich auch so eine Art C-Movie. Und Something in the Water habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber da befürchte ich auch, dass der nicht gerade originell sein wird. Ich habe mir zum Beispiel mal gedacht, wie wäre es mit einem Hai-Horror-Film, wo der Hai gar keinen der Leute tötet, sondern die so beeinträchtigt wurden von den ganzen Hai-Horror-Filmen, wo Haie ja immer als menschenfressende Bestien dargestellt werden, die sie eigentlich gar nicht sind. Und dann eben, wenn so ein Hai auftaucht, wenn die unten im Wasser sind, dass sie voll Panik bekommen. Und dann irgendwie, lass es auch unten in so einem Wrack sein, ja irgendwo dagegen stoßen oder sich irgendwas reinrahmen und sich dann selbst töten oder so lang sich vor dem Hai verstecken, dass ihnen die Luft ausgeht oder Sonstiges. Und dann stirbt da einer nach dem anderen, ohne dass der Hai überhaupt jemanden angreift. So ein bisschen in die Richtung wie bei Tucker and Dale vs. Evil. Das wäre mal was komplett anderes. Das würde ich feiern. Aber so ein Film, der hier mal wieder komplett ernst gemeint ist, am Ende aber wieder unfreiwillig komisch ist, weil er teilweise schon wieder so lächerlich ist. Und wenn man sich hier das Ende nochmal anguckt, wo wieder Friede, Freude, Eierkuchen alles ist, nachdem zuvor ja echt Schlimmes passiert ist, da kann man sich eigentlich nur noch an den Kopf langen. Da gucke ich mir lieber nochmal zum zehnten oder elften Mal Sharknado an. Der Film weiß, dass er Quatsch ist. Und wenn schon Quatsch, dann richtig, so dass es wieder unterhaltsam ist. Aber Escape from the Deep oder The Last Breath hier, ja der ist einfach leider nur Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus.